Yo Freunde, da ist er wieder, euer Freizeitsnacker und heute mal mit einer Coca-Cola Review. Joa, das habe ich ja schon bei meinem Freund in Tasty Griefe und in Frühstücksmascher gesehen. Schaut auf jeden Fall auch mal vorbei. Ich habe hier die Coca-Cola in der Flasche 033. Joa, ist auf jeden Fall eine Pfandflasche. Das ist super, das unterstütze ich natürlich immer gerne. Und joa, ich mache das mal hier auf. Joa, leider habe ich jetzt kein Glas. Ich schütte das hier einfach mal auf den Tisch. So, da sehen wir schon, das ist auch ein bisschen Kohlensäure. Ich kann auch mal mit dem Finger so reingehen. Joa, ist auf jeden Fall ziemlich fresh. Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Ist auf jeden Fall hier ein super Getränk. Danke Coca-Cola für dieses tolle Produkt. Und joa, ich würde sagen, das war es mit der Review. Ist ein bisschen kätzer als sonst. Aber joa, die haben ja auch schon andere gemacht. Da gibt es ja jetzt nicht mehr so viel zu sagen, ne. Und ich würde sagen, das war es mit dem Video. Hau da rein. Euer Freizeitsnacker. Ja. Ja.